Nein. Ein sehr gefährlicher Ort. Hm, was machst du an einem Ort wie diesem? Äh, rumschwimmen? Die Wasserschweine haben mich gefangen genommen. Aha, wir müssen irgendwie helfen. Danke, ich war so lange nicht mehr hier. Mal sehen, diesen Wassertank kannst du bis zum Rand füllen und dann oben fliehen. Damit das klappt, müssen wir dieses Loch füllen. Tobi, hier ist ein Loch. Ja. 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 Ich glaube, er hat den Wassertank gemacht. Wir sollten ihn fragen. Hä? Das Zimmer über dem Eingang. Wow. Das hast du super gemacht. Mhm. Achso, das ist dann... Wasser leckt aus dem Loch. Ja. Das war abzusehen. Du Drecksvieh. Zieh dich. So, wir haben jetzt zwei Eingänge. Ich nehme mal den hier hinten. War bestimmt der falsche. Wann sind denn hier so viele Türen, Alter? Waaah, du schon wieder. Hä? Waaah, es ist stockfinster und ich kann nichts sehen. Zappenduster. Hey! Ist da jemand? Ich bin hier reingestolpert. Es ist finster und ich sehe nichts. Hier ist mehr Licht nötig. Ich hab... 20 Schneegelwürmchen sollten angeblich sehr hell strahlen. Ich versuch's mal. Was? 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 Achja, da fehlt ja noch dieses Behältnis. Wagen! Oh, eine grüne Kiste. Vielleicht ist da ja das Ding drin, was wir suchen. Da kommen wir wieder nicht dran, weil das hier alles so komisch platziert ist. Ist das ein Kristall? Weilwasser. Lass ihn runter, um Wasser zu schöpfen. Bedien dich ruhig. Wer ihn? Ach, guck mal. Tobi, es sieht aus wie ein Mechanismus, der den Hahn öffnet, wenn die Wippe sich senkt. Vielleicht legen wir etwas schweres auf die Wippe. Aber hm, diese Wippe ist wie der Sockel für eine Skulptur. Ach, okay. Der heilige Sockel. Das ist das dann, was uns dieser Typie machen muss, will. Ah, zwei von euch. Geht doch mal weg, ihr Pisser. Oh, guck mal. Seltener Krebs. Achso, das ist nicht schön. Weiße Kisten kann man ja, glaube ich, noch nicht aufmachen, ne? Zauberwasser natürlich. Das ist natürlich perfekt. So, okay. Da war es dunkel drin, genau. Und ich schreib mir das mal auf. Uns fehlt ja noch das Behältnis für die Glühwürmchen. Behältnis... Glühwürmchen... Ja, das Blöde ist, wir müssen ja wieder in diesen dummen Wald zurück. Den ich ja so... Den ich ja so mag. So, da war die olle Meerjungfrau drin. Naja, nicht schlimm. Ähm... So. Ach fuck, ich war noch gar nicht in der anderen Tür drin. Oder? Ne, war ich nicht. Was hier sind Scheren aus Kristall von der langbeinigen Klauen, Schildkröte? Wie ist ein harter Brocken, glaub mir, echt schwer zu fangen. Hm. Ich muss... Tut mir leid, ich muss erst jetzt nochmal zurück. Weil da war ja noch eine andere... Ach, fick dich doch, du. Hm. Ich weiß noch nicht so ganz. So. Ach nee, da können wir gar nicht lang. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Ähm. Ach Gott. Ich hoffe, wir da drüben müssen irgendwie... Obwohl, wir haben ja noch so einen Fresskorb. Tja, wie kommen wir denn da oben hin? Ach genau. Ah, diese dumme Kollisionsabfrage. Eieiei. Eieiei. Ja. Möchte gerne speichern. Ja. 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 Aber dann müssen wir auf dem Ding rumspringen und dann können wir dann... Ja, ja. Das war ja alles zum Glück ziemlich am Anfang hier. Uh. Ja, ja. Ja. Hat das so funktioniert? Was los mit dir? Ach halt dich doch da fest, du. Ufff! Gevick! Oh, das ist doch... Komm doch mal was höher, ey! Oh, das geht mir... So ein Drecksvieh, ne? Ähm... Ähm, ähm, ähm... Da. Ne, Spezialmahlzeit. Da. Ein Helikopter. Das funktioniert nicht! Ich muss abschätzen, wann der hochgeht. Kannst du jetzt mal aufhören, dich von mir bedroht zu fühlen? Ach, das... Ich weiß nicht, ob da nur so ein kleines Fitzelchen fehlt oder ob das doch ein bisschen mehr ist. Ich weiß nicht, ob das... Es regnet. Hat's eben auch schon geregnet? Ich weiß es gar nicht. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen höher, aber... Reicht hat's trotzdem nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob du... Wenn ja nicht, dass du... Musik Hast du noch irgendwas zu sagen? Hast du den Wassertank in diesem Raum gesehen? Ja, habe ich. Okay, dann kommen wir jetzt doch was weiter, hoffe ich. Lass mich in Ruhe. Aber die Musik finde ich sehr gut, also hier in dem Level. Sehr so dümpelt, so rum, so. Was? Ihr? Ihr habt welche? Ihr Jungs seid unglaublich! Okay, das müsste reichen! Kleinen Moment noch! Die macht mir Angst. Tschüss! Fertig! Und wie versprochen ist es für euch Jungs! Geht aufs Haus! Was ist das? Kristallplatte! Tja! Obwohl, vielleicht hat er ja noch irgendwas bei uns. Aber ich denke mal, entweder ist das für die... Hier gibt es einen großen Wassertank, den ich einmal gemacht habe. Ich bin stolz darauf! Seht ihn euch mal an, wenn ihr können! Ja, der ist aber kaputt, du Horst! Jetzt müssen wir entweder diese Platte... Entweder... Nein, du hast jetzt keine mehr, okay. Ähm... Entweder hierfür verwenden... Oder das ist hinten für dieses Gewicht. Okay, ist es hierfür. Hervorragend! Das müsste das Loch verschließen! Einfach dagegen geschmissen! Ich würde ihn einfach noch mehr kaputt machen!